Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Miniprojekt. Ja, ich spiele ein Browser-Game und dieses Browser-Game heißt Medieval Shark, für die Leute, die nicht lesen können. Und in diesem Spiel geht es darum, man spielt einen niedlichen kleinen Hai, den man hier vorne schon sieht, ja, der mit dem Einhorn im Maul und der Axt, wie auch immer er die hält, und, ja, man spielt diesen niedlichen kleinen Hai und tötet die gesamte Menschheit. Ja, und solche Spiele mag ich halt. Und da wollen wir nicht lange weiterreden, ich starte das Spiel einfach mal. Ich habe dieses Spiel nur ganz kurz angetestet und es hat mir sofort gefallen. Übrigens, hier sieht man wahrscheinlich meinen super tollen Maus-Cursor, dann sehen ihn auch mal ein paar Leute. Ja, ich mag diesen Maus-Cursor. Okay, und Start Game. Ja, hier ist die Steuerung. Ich werde den Link zu diesem Spiel auch noch in die Beschreibung packen. Und es geht los. Alles zerstören. Oh, ich mag dieses Spiel. Töten, alles töten. Ein Hörner, mein Pegasi. Was haben die Viecher da zu suchen? Und was hat dieser Tod da zu suchen? Oh, mein Gott, dieses Spiel ist so random. Die Wikinger sind übrigens auch hier. Ja, alles. Oh, mein Gott, was ist das? Oh, mein Gott. Es ist zu viel Sache auf einmal, ich gehe dir vor. Und der Willhelm Scream ist auch mit dabei. Alles töten, alles töten, alles töten, alles töten. Oh, mein Gott, was ist das? Ein Drache? Die Hydra? Was ist das? Okay, okay. Weiter geht's. Totale Zerstörung. Wie mal Blut. Kann das Fisch uns überhaupt was anhaben? Oh, es geht zur Burg. OMG. Ach, der Heilige. Ja, dieser Hai ist gekommen, um die gesamte Menschheit zu vernichten. Nehmt euch nach, Menschen. Hier kommt Jubo. Ja, Zeppeline gab es auch schon. Ich presse schon runter. Wieso haben wir überhaupt den Hut von Robin Hood? Gleich geschafft. Ah, wieso funktioniert das nicht? Ja, jetzt kann das Töten weitergehen. Ah, yes. Ach, du Heilige. Feierschwein und Drache. Böse, 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 böse. Stirb, 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 stirb. 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 Oh, dieser Sound. Stirb. Ah, ich liebe solche Spiele. Yes. Von diesem Spiel gibt es übrigens noch weitere Versionen. Hä? Time's up. Okay. Ich würde sagen, das war das Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist nur so ein Mini-Projekt. Aber, ich werde wahrscheinlich auch noch die anderen Shark Games aufnehmen. Also, seid gespannt. Und bye.